Hallo Kinder, bitte versuchen das nur zu Hause. Mit dieser Menge Lithium könnte man sicherlich 1000 bipolare Effektstörungen heilen. Und was machen wir? Richtig, wir erhöhen die Entropie des Universums. Oh bloody hell, hoffentlich fackelt mir das nichts nicht ab. Okay, es wird schon kleiner, ja, sehr schön. Ja. Und it's done. So. Das ist jetzt eine relativ schwache Lithiumhydroxidlösung. Und die geben wir jetzt unter ständigen Rühren in den Ausguss. Ja. Ja. Und jetzt kommt das wiederher in den Ausguss. Und jetzt zur�